Haha, dieses blind aus der Deckung schießen und triffst halt auch immer, das ist sehr schön und realistisch. Echt, du treffst aber mal einen fetten Scheißdrecker tatsächlich, aber den ganz gut. Ja, wenn du vorschießt, dann siehst du ja in welche Richtung er schießt. Meistens schon. Aber mein Visier spiegelt auch grad wie Hulle. Au, fuck! Wenn ich raus bin, ziehst du sogar einen Visier, wo du blind hinschießt. Wie hast du denn dein Deckungsverhalten eingestellt? Auf Ego-Affektive. Aber das liegt auch hauptsächlich daran, dass ich einfach mal Momente haben will, wo ich meinen Charakter sehen kann. Weiß ich, hab mir gedacht, dass es so den Flow unterbricht, wenn's dann nicht halt passen geht. Nö, ich finde, die haben den Übergang ziemlich gut. Okay, muss ich mal ausprobieren. Hilft das Myth? Scheiße, welcher Spast hat mir meine Frontscheibe geschossen. Wie wär's mit Einsteigen-Charakter? Alter. Diese miesen Wichser. Hat auch noch keiner gesehen, ne? So ein fetter, fetter Gangster-Rapper. Alter. 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 Verkratzer. Egal. Nimm halt alles mit. Gott, du bist so viel schneller als ich. Ach, das Ding hat auch einen Platten! Ah, warte! Oh! 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 Wer hätte damit rechnen können! Ich wundere mich schon! Ich dachte, das liegt am Sand! Was ist mit Einsteigen? Ja, er steigt halt nicht ein. Das ist richtig komisch. Das ist richtig komisch, gar nicht. Die Frau joggt da einfach unbeirrt weiter. Ich glaube, der geht's halt so gut. Wow! Sound von deiner Karre ist halt sehr cool. Hast du da irgendwas dran gemacht oder ist das standardmäßig? Äh, einen neuen Motor rein, aber ich glaube ansonsten ist das nicht standardmäßig. Alter, wo fährst du denn lang? Geh doch erstmal... Oh, ja, egal, mach. So! Sie müssen loslassen! Sie hat einen fetten Scheißdecker und irgendwo sprach's direkt vor ihm in die Scheibe geschossen hat. Oh Gott! Oh! Kann der da aushelfen? Scheiße, ansteigen! Geht das Ding nicht! Geht das Ding ansteigen lassen? Ich bring jetzt alle Leute vor uns aus dem Auto zurück. Du warst es nicht grad besser. Dann geht ja schon so normal geworden, dass das einem gar nicht aufbaut. Warum sind denn die Leute jetzt alle so aufgebraucht? Ich hab ja nur grad die Windschutzscheibe aufgeschossen. Du wirst immer so freuen, bis so zwei so viel zu reiche dumme Penner sind, Scheiße! Alter, da ist so ne Scheißfliege voll auf meine Windschutzscheibe geklatscht! Jetzt kann ich nicht mehr sehen! Warte, ich regle das, Bro! Haben denn alle! Wo fährst du hin? Au, oh stimmt, da hat sich dann... Lauch, Alter! Jeder weiß doch, dass Geralt hier wohnt. Vielleicht hab ich nicht mal Geralt gedacht. So ein Vieh wäre mein Geralt im Windschutzscheibe. Ich hab ja nur noch einen Gehraut. Scheiß behinderte Kackdeck. Hallo, Geralt! Ich bin ein Gehraut. Hehe, Gott sei Dank, da ist wieder schwul aus. Einer der wenigen... Einer der wenigen ähm... Ja? ...Dunstgeber im Online-Modus, der nicht in den Story-Modus verkommt. Echt? Krass. Ich hab ihn nie gesehen, auf jeden Fall. Vielleicht wurde er einmal erwähnt von Lamar, weil das ist ja Lamars Kumpel. Nö. Aber so war er nie in der Story. Ich glaube, er ist tatsächlich der einzige, der nie in der Story. Seit wann kriegt man für die Scheiß-Mission so viel Caches? Vielleicht liegt's an Xbox One oder sie haben's allgemein gepatcht, dass man jetzt... ...mehr Geld und schneller ansachen kann. Boah, ist das das mit den Jets kaputt machen? Jo. Oh, nee. Nö. Nö. Das will ich nicht. Das ist zu hart. Da musst du ja am Ende mit dem Cargo-Bob irgendwie weg. Oder den Cargo-Bob kaputt machen oder sowas. Nein. Das ist... Weißt du nicht mehr, wie wir das gemacht haben? Das war Endless Rage. Dann haben wir uns reingedingselt, dann haben wir uns dort drinnen ein Auto gerufen. Nein. Sind dann so Traffbomben durch die Gegend. Nein, 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 nein. Mach ich nicht nochmal nichts in so Scheiß... Oh, geplatzter Deal ist eigentlich ganz lustig. Was? Ja, aber geplatzter Deal habe ich auch noch nicht gespielt. Oh, okay. Nice, okay, ich halte nach vorne mit der Hand, nicht schlecht. Wo bist du denn? Da ist mein Auto. Immer hörst du... ... weil ich mein... ... Auto voll... Ja, schon immer... Warum fahren wir überhaupt? Deswegen... Ups. Um die dicke Schlampe da umzufahren, oder? Und auf dem... ... Sand rumzurutschen, weil du einfach nicht fahren kannst. Boah, du... Ey! Hör auf! Boah, lass mich raus! Das ist nur mit dir los. Viel das Koks, man. Boah, ist hier scheiße viel los. Warte mal. Äh, warte, dich schießen, dich schießen. Ich wüsste mich hier. Ja, diese Gastanks sind ja nicht so sicher. Ja, warte, bist du bereit? Ich will die Gastanks ja schießen. Nein, nein, nein. So, jetzt. Okay. Der eine Gastank ist kaputt, der andere auch. Wow. Mach das Koks nicht kaputt. Niemals. Oh, das war halt nicht. Oh, das guckst du da raus, bevor es kaputt geht. Oh, es ist über Cola. Cola am Geld und Cola und noch viel mehr Geld. Äh, was macht dein Auto denn da? Warum geht das Dach zu? Ja, es habe ich schon die ganze Zeit zugemacht. Nee, es ist gerade bei mir zugegangen. Wo wir weg waren. Okay, nicht schlecht. So, dann. Okay. Lol, ich bin verkackt. Genauso wie ich gerade hier. Oh, shit. Nein. Seriously? Gerrals, haben wir da runtergelungen. Gerrals, hallo. Ja, da. Irgendwie zwei Minuten später mit dem nächsten Päckchen Koks. Und wieder 100 Leuten auf dem Gewissen. Gerrals, Gerrals! Hallo, us. Ihr schon wieder? Was hast du? Hab das wieder vergessen. Okay, cool. Dummspasten. Yes, 15 Jobpunkte und 5.050 Credits. Und 1.550. Ja gut, 5.000 muss es aber auch mal geben. 5.000 Dollar für eineinhalb Minuten, die wir da jetzt waren. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Oh, lass die Muskeln spielen, glaube ich. Ne, es war was mit das Ding. Das Parkhaus, glaube ich. Was war denn das? Parkhaus ist zumindest gut bewertet. Ich glaube, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ne, das Parkhaus ist gar keine Versus. Die ist aber ganz okay. Endster bestimmt von Lord. Heißt nicht Lordi oder so? Ich glaube Lordi. Ich weiß gar nicht, ob das hier gerade der Song ist, der hier läuft. Aber das ist tatsächlich gegen... wie jetzt? Achso, ne, das ist Team. Das ist aber nicht gegeneinander. Die Scharfschützen stehen da oben drauf und müssen irgendwie... Was willst du denn spielen? Den Großen. Achso, ne, du kannst dir das gar nicht aussuchen. Okay. Doch, kann ich schon. Ich kann oben bei Team... Achso, stimmt. Ja. Ähm... Auf... Blue Ark gibt es ein... Remix davon mit dem Kerl, der als DJ immer zwischen den Liedern äh... labert. Der hat jetzt richtig... Der hat in dem Update richtig viele Lieder gekriegt, ist mir aufgefallen. Wo er so... Der ist so doof, der Typ. Das ist... Ach... Er ist so doof. Er lässt mir Ding hören wie dein Seid. Du, Ark. Du, Ark. Er läuft bei mir, ähm... In der Garage. Deswegen... Deswegen... Ähm... Der Parkplatz weit? Nee. Mein Auto steht sonst vorm Arsch. Was steht denn... Was steht denn bei dir als Ziel? Ähm... Wir geben dich zum Parkplatz. Ah, okay. Aber hier muss ich jetzt gleich hoch auf die Dächer. Du musst das weiter lanchen. Bitch. Da. Ohne das Dokument. Ähm, was macht eigentlich die Bitch hier grad? Siehst du das? Siehst du das? Läuft. Geh. Bisschen verkrüppelt. Bin nicht eine Hand bei dir gehoben? So richtig schlecht? Auch. Ich ruf schon mal mein Auto her, damit, äh, falls man hier wegfahren muss oder so. Ich will bloß jetzt hier. Ich weiß nicht, ob sie es bemerken können wir nicht. Wenn ich jetzt schieße? Piu! Was denn? Ist ja gar nichts passiert. Schau nicht so drum. Wie mein Infernus ist zerstört? Ich hab den doch schon mal... Ach ja. Der eine kann wieder oder was? Komm ich dann hier nochmal hoch. Wie ging denn das? Hm. Auf jeden Fall viele Getränkeautomaten. Zurück kommen, wenn ich mal... ...geschossen wurde, um meine... ...meine Wunden mit Soda zu füllen. Oh Mann. So wie Nico Bellic ist mit Burger-Fett-Ton. Oder Hot-Dogs. Oh fuck. Bist du schon ganz oben oder wie? Oh ja. Da sind echt viele Leute. Du solltest da schon mal welche weg snipen, weil ich... Ja klar, ich bin noch nicht auf einer Snipe-Position, wenn ich den... Immer noch nicht. Ja, ich hab nicht gerafft, wie ich da lang gehen muss. So, jetzt war das zu sehr schade. Da sind echt viele, also. Wow. 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 Weou, 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 weou! Eja? Ich dich da raclette... Scheiße, dass du so aussiehst da hinten! Das fällt auch keinem auf! Nein! So ein Typ im weissten Anzug! Ich bin auch völlig unauffällig, lass mich ja. Ok, ich schieß jetzt um! Ok, bist du bereit? Ja! Ok, siehst du denn direkt beim Auto da vorne? Hier sind überall Autos und überall Menschen! Der Typ, der telefoniert oder was? Die, die hier dranschickt bei dem Auto, siehst du den? Ja. Er ist teleportiert und nicht mehr. Wow. Ach du Scheiße. Fuck. Du musst da ein paar mehr wegnehmen. Ja, ich hab nur eine gewisse Schussgeschwindigkeit in deinem Slug. Du hör mal mit aller Mut raus. Wente wurden feiern gelassen, ist schon mal gut. Meist mal ne Annäherungsmine darüber. Die nähern sich ja wahrscheinlich automatisch an. Die nähern sich an. Oh, sehr schön. Ich seh keiner mehr. Da brennen noch so ein paar, das ist natürlich auch sehr schön. Da ist einer hinter dem rechten Müllcontainer. Hast du den? Ja, Müllcontainer, warte. Ganz rechts vom Parkhaus. Hat sich irgendeiner hingestellt. Ich krieg ihn aber nicht. Ich hab Angst aufzustehen. Hier? Warte beschäftigt, warte. So. Geh selber gucken. Hier ist noch einer. Ach da. Fuck. Wo war der? Ach scheiße. Wer ist da hinten? Hinter dem grauen Container. Ja. I did avenge you. Ja, hättest du einfach von Anfang an deinen Job richtig gemacht. Ja, ich hab ihn nicht gesehen, man. Du hast mir kein gutes Intel gegeben, ja. Na, komm schon. Steht doch da. Wo ist jetzt mein Gunsound hin? Ja, ich hab ihn nicht gesehen. Ja, das ganze herum. Ich bin nicht gesehen. Es steht aber noch irgendwo einer. Zumindest zeigt das. Zinschlein. Ok. Scheinbar haben wir alle. Weiter nach uns Aber ich finde das einfach mit dieser Hintergrundunschärfe, finde ich das einfach so verdammt realistisch Reflektionen auf dem Asphalt selber, oh scheiße da kommt natürlich Asphalt Guck mal dass du dich um das Auto kümmerst Ich sehe zu dass ich das tue, oh Gott ich hab geschossen, oh das bin ich Ja die stellen sich natürlich direkt vor mein Auto, oh fuck Äh warte ich bin umgekippt Sehr schwer Ich werfe die gerade mit meinen Annäherungsminen Okay sie sind gleich beide tot Hauptsache ich laufe jetzt nicht selber in die Mine Da kommt noch jemand Woop Ich kann die von dir das gerade noch nicht sehen Oh ja ich aber, ah und sie sehen mich auf jeden Fall Ah doch das kann ich hier nicht mehr sehen Ich weiß gar nicht sie sehen Der Gun-Sound ist echt komisch Furtück Ohassa Auf Hast du runter gesprungen? Ja was hast du für geklafft. Ich lebe nicht Du lebst sogar noch Auszeichnung in letzter Sekunde, weil ich in allerletzter Sekunde den Scheiß... Oh! Du dummer Spass! Xbox aufzeichnen! Du Lauch, Alter, wie kann man nur so scheiße sein? Das hat sogar gekla... Alter, der springt von Hochhäusern, überlebt es, stirbt dann, weil er nicht nach rechts und links schaut, wenn er über die Straße läuft. Hahahaha Oh, Mann! Der Ju! Der fucking Ju! Du bist so scheiße! Schön, dass der Spielclip jetzt auch mal aufgezeichnet wurde, schön! Geschwindigkeit! Oh, ich hab noch so'n scheiß Ingame-Achievement bekommen, wie es hieß... Oh, Alter! Was?! Boah, die NPCs! Ja, ich... Wenn du jetzt hier mal! Spass! Ich bin der Wetterverweiter, das ist das Beste dran! Hahahaha Hahahaha Ja, während wir hier in Deutschland machen, GTA Deutschland, da würdest du nur stehen und deine Papiere zeigen. Wie fahr' ich denn jetzt hier lang? Hahahaha Mission fehlgeschlagen, dein Team ist ausgestiegen! Crazy Quert hat das Spiel verlassen! Nn! Jetzt bin ich da! Und jetzt krieg' ich das Geld! Hahahaha Das ist nicht nett! Aber hey! Boah! 16.000, Alter! Da ist dir jetzt gerade richtig was durch die Lappen gegangen! Hahahaha Hahahaha Du mieser Bastard! Du hast dafür mal zu Ende gefahren! Ja, du! Hä? Ja, gut! Tatsächlich, dadurch, dass ich falsch abgebogen bin, hast du jetzt Geld gekriegt! Hahahaha 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 Perfekt! So toll! So verdient auch! Hahahaha Wenn du in ein offenes Spiel platziert wirst, sollten deine Freunde auch da sein! Ist das nicht der Fall, liegt das vielleicht daran, dass sie bereits in einem Job sind! Wenn du nicht gern allein bist, aber keine neuen Leute treffen willst, brauchst du nur den Menüpunkt Freunde im Pause-Menü aufzurufen! Keine neuen Leute treffen! Und gesende dich mit Spielbeitreten zu ihm! So, mal sehen, bin ich in deiner Lobby? Äh... Oh, ich brauch noch 40.000 und dann gehört das Auto mir! Du hast 120 Jobpunkte! Wow, nice car! Wow, nice car! Das ist ja echt! Ist jetzt bei mir drin, oder was? Ja! Äh... Noch mehr Missionen machen, oder wollen wir hier ein bisschen rum? Äh, kann auch noch! Oh shit, das war eine Bitch, jetzt hab ich sie angehubt, jetzt ist sie in meinem Auto! Sie waren das! Oh nein, das war eine Bitch! Jetzt hab ich sie angehubt, jetzt ist sie in meinem Auto! Ja, aber nicht! Ich hab mich aus dem Leben gegriffen! Das ist pass... Wow, aus Versehen! So hat sie durch! Geht mein Inferno eigentlich in der Garage? Ich hab doch mir was Wunscherwild angehubt! Was ist das? Ich? Schau, ich möchte einfach... Nein, nicht du, sondern so ein anderer Spack! Wow, chill! Du bist noch im Passivmodus! So! Oh, meine Bitch ist davon gelaufen! Meine Bitch ist davon gelaufen! Äh, ich bin nicht im Passivmodus, du bist im Passivmodus! Doch, du bist im Passivmodus! Ich kann Passivmodus aktivieren drücken! Mach ich das mal? Das ist ja gar nicht mehr... Jetzt bin ich nicht mehr im Passivmodus! So, was passiert, wenn du jetzt... ... dich materialisierst? Ich hab... ... dich materialisierst? Hier steh! Hier steh! Genau, hier sieht irgendwie fertig aus! Geil! Kannst du noch einsteigen? Wow! Ähm... Interessant! Man lernt nie aus hier! Guck! Oh, toll! Scheiße, aber jetzt sieht mein Wagen aus! Kann ich so rein machen! Heiße Aua! Jetzt sieht dein Wagen auch heiß aus! Mein Licht! Das... Dafür ist meine Garage aber hier gleich um die Ecke! Dann fahr ich rein, dann fahr ich wieder raus und sieh's halt! Hm... Wobei... Hey, wehe! Du gehst jetzt nen Scheiß-Geld-Automaten... ...nen Scheiß-Geld-Automaten... ...nen Ego-Perspektive benutzt... ...wass uns keinmal machen! Mal sehen, was eigentlich ist... Weiß ich... Was scheiße! Ich wollte noch die ganze Zeit in den Puffe! Ich war immer noch nicht! Ah, toll! Man sieht's gar nicht! Ja, das hab ich mir gedacht! Weißt, wo die Geld-Automaten sind! Nein! Aber mein... Ding weiß es! Du... Was fällt dir eigentlich ein? Mir? Du? Wow! Hä? Hallo? Komm zurück! Was? Komm zurück, Spaß! Äh! 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 Wo willst du hin? Äh! Was? Wir sind los oder wir sind los? Wir dejtern hin. Auf, rum zu hustet skacksack! Oh shit! Domalchibion! OOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wie ich nur noch Piepen höre PIEP sh** BAH Ass Yes, meine Taktik ist aufgegangen Ehh, okay, dann halt nicht Oh Jo Wieso hast du eigentlich keine Frontscheibe mehr? Ich habe keine Seitenscheibe. Habe ich. Besser gar nicht. Bei mir sind die da. Echt? Okay. Was mit deinem Gerät? Klingt nicht gesund. Klingt gar nicht gesund, man. Oh, da werden wir eben uns Team Deathman spielen. Wollen wir da hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sage jetzt nur dies. Du hast natürlich so eine Lobby von drei Leuten. Egal, wir können mal hingehen. Sollen wir? Jetzt hören wir. Ja. Oh, jeez. Nein, das sind schon ganze drei Leute. Und ich bin jetzt Host. War super. Drück einfach mal auf Schnellstart. Okay, wir verlassen. Ich bin? Oh, draußen. Nein. Sollen wir das noch machen? Wollah. 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 Mach du mal. Oh, Chefmatch. Aua. Wollah. 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 Da haben wir einen Scheißauspuff. Hast du das immer? Weil das ein Auspuff ist. Ja, aber es steht. Vielleicht. Ja. Und der Motor läuft. Gerade mit einem Kerl Level 11. Nice. Behe, das ist einer, der startet jetzt einfach. Behe. Nur, wie schlimm wäre denn, wenn er verlassen würde. Cozyer Alpaka, das ist ders Kerl, der vorhin verlassen halt. So, ich gehe raus. Du bist raus? Oh shit. Du bist beeilig. Das waren nur noch 5 Sekunden, das ging tatsächlich relativ schnell. Jetzt 1 gegen 1. Die Sitzung wird gestartet, ich hoffe nicht. Was? Ich bin auch nicht mal rausgekommen. Toll, das wird so Spaß machen. Zu dreht wie lustig, zu zweit gegen den Level-Abermann, das wird... Ich dachte, ich hätte noch auf uns wetten können. Wie schwul mein Charakter grad schaut in diesem Moment so. So anscheinend. Schaut immer schwul. Mein Charakter schaut gar nicht immer schwul. Ich finde den ziemlich cool aufzählen. Doch, ja. Die Map ist so klein, Alter. Wow, die Map ist allein. Wird so noch zu... Alter. Lässt sich auch noch ab. Was? Was? Toll, das wird so Spaß machen. Was? Das wird richtig lustig. Zu zweit gegen den Level-Abermann, das wird... Was? Was verlieren wir denn? Hauptsächlich labern, ja. Hauptsächlich labern, ja. Hauptsächlich labern. Lässt sich auch noch abballern, nämlich. Was? 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 Was?